Das sind Flame, Flora, Marina und Skye. Und zusammen sind wir die vier zauberhaften Schwestern. Jetzt, wo Skye ihre Fähigkeiten hat, werden wir endlich das Geheimnis der Windrose lüften. Vier Elemente beherrschen die Welt. Ah, geil! Herzlich willkommen zu Disney Insider. Ich bin heute an einem ganz magischen Set, nämlich die vier zauberhaften Schwestern. Hier hinter mir ist Cantrip Towers, Dreh- und Angelpunkt unserer Geschichte. Aber apropos Dreh, ich dachte, hier sollten Dreharbeiten stattfinden. Hallo Patricia. Hallo Laila. Äh, ich meine Flame. Ja, wenn du den Dreh suchst, dann bist du hier aber ein bisschen falsch. Komm mit, ich kann sie zeigen. Ja, super. Am Set laufen die Dreharbeiten bereits auf Hochtouren, um die beliebte Buchreihe rund um die vier zauberhaften Schwestern von Sheridan Wynn auf die große Leinwand zu bringen. Wow, das ist ja riesig hier. Wie findest du dich denn hier zurecht? Also, ich hab eine ganz nette Kinderbetreuerin, die Emilia, und die habt ihr wahrscheinlich auch schon kennengelernt. Die hat so einen Funk im Ohr und die weiß immer ganz genau, wann und wo ich sein muss. Und die sagt mir das dann und irgendwann findet man sich hier auch zurecht. Ah, super cool. Kannst du mir dann was zum Film verraten? Ich würde dir gerne ganz viel erzählen, aber darf ich leider nicht. Ich muss jetzt aber auch schon los. Oh. Aber vielleicht guck dich doch mal um. Du findest bestimmt selber ein paar Geheimnisse heraus. Okay, Geheimnisse klingt gut. Bis später. Tschau. Tschüss. Sehr gut. Leila hat gerade gesagt, am Set gibt es ein Geheimnis und ich schau jetzt mal im Schloss nach. Das sieht ja schon ganz schön magisch aus in diesen alten Gemäuern. Hier müsste doch auch irgendwo der geheime Windrosenraum versteckt sein, den die vier Schwestern im Keller haben. Ein Geheimgang. Ein Geheimzimmer. Aber davon wissen nur wir. Und du gehörst jetzt auch dazu. Cool. Krass. Warte erst mal ab, bis du das hier siehst. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Spur. Ist dort nicht die Geheimtür? Halt, stopp. Da kannst du nicht rein. Oh, da ist Sven. Hi. Hallo. Sag mal, geht es hier nicht in den Windrosenraum? Ja, aber da kannst du nicht rein. Es sei denn, du kannst zaubern. Kannst du zaubern? Nein. Schade. Wen hast du denn da mitgebracht? Wo denn? Ach, der. Das ist Baxter. Das ist jetzt ein bisschen sensibel. Wow, hey Baxter. Was spielt denn Baxter für eine Rolle? Also, ich muss ein bisschen flüstern. Er denkt immer, es ist eine Hauptrolle. In Wirklichkeit ist eine Nebenrolle. Also, es ist wirklich nein. Nein, okay. Es ist eine Hauptrolle. Es ist eine sehr wichtige Rolle natürlich. Er spielt einen Staubwedel. Große Überraschung. Ja, er spielt praktisch den Assistenten von Miss Duggery. Miss Duggery ist, ich will doch nicht zu viel verraten, Jemand, der in unserem Film etwas mysteriös daherkommt und mit diesem Staubwedel einen geheimnisvollen Elbenstaub um das Haus liegt. Mrs. Duggery, was machen Sie denn da? Ja, wonach sieht es denn aus? Staubwischen. Dann werde ich das wohl tun. Ja, aber draußen? Ja, drinnen nützt es ja nicht viel, oder? Ja, wenn Sie zugucken, kann sich Baxter nicht konzentrieren. Baxter hat quasi einen kleinen Tank. Ja, das ist hier unten, das ist ein bisschen kitzelig, aber das mache ich ja nicht. Also, da ist auf jeden Fall dieser Elbenstaub drin und mit diesem wedelt sich das Haus ab. Ich weiß, da wird ihm mal schlecht, wenn ich das mache, aber da muss er durch. Und dann ist dieses Haus geschützt. Ich spiele eine böse Hexe, wo die Kinder nicht gleich anfangen zu schreien, wenn die auftritt, sondern vielleicht auch mal lachen, sich über sie lustig machen oder sie auch ein bisschen cool finden. Elbenstaub. Alles voller Elbenstaub. Heureka, den wollten meine Lady doch. Trottel. Das ganze Haus ist mit einem Schutzschild überzogen. Ich brauche frischen Elbenstaub. Bist du als Regisseur eigentlich auch aufgeregt? Ja, klar. Also, gerade bei einem so großen Projekt, wo man so viele Monate Vorbereitungszeit hat, weil man hat ja ganz viele Elemente. Man hat Kinder, man hat Tiere, man hat Special Effects, die am Set gemacht werden, aber auch Computertricks. Und wenn dann der Set, wenn es dann am Set losgeht, dann kommen alle diese Elemente zusammen und da ist man natürlich aufgeregt. Was hatte dieser Kentrick noch mal gesagt? Solange ihm das Dach über dem Kopf nicht zusammenfällt, verkaufen sie nicht. Oh ja, das lässt sich einrichten. Könntest du nur noch einen ganz großen Gefallen tun? Könntest du bitte diesen Baxter hier, sag mal jetzt ein bisschen ruhig, zu unseren Special Effect Leuten bringen? Ja. Dort abgeben, weil die können dir noch einiges zu dem Baxter erzählen, der animiert wird. Ja klar, das mache ich natürlich. Tschüss. Hallo Helmut. Hallo. Ich habe dir den Baxter mitgebracht. Ich habe auch gut auf ihn aufgepasst. Der Sven hat gesagt, du kannst mir zeigen, wie der sich bewegt. Ja, schreib mal da mal ein. Ja, was ist denn? Oh, wow. Das sieht ja total cool aus. Sag mal, Baxter, kennst du das Geheimnis vom Set? Willst du mir auch verraten? Na super. Und machst du auch die Animation? Ja, die Animation macht der Marc und der Max. Ja super, dann schaue ich jetzt bei denen mal vorbei. Vielen Dank, ich lasse dir den Baxter hier. Okay. Tschüss. Ihr seid Marc und Max, oder? Genau. Der Helmut hat mich gerade hier hingeschickt und hat gesagt, ihr könnt mir ein bisschen was über die Animation von Baxter zeigen. Ja klar, gerne. Kannst du gerade mal hier gucken. Das war ein ganz früher Animationstest. Das ist ja nur ein Staubwedel, das heißt, der hat kein Gesicht, der hat keine Arme. Das heißt, um den Schauspielern zu lassen und Emotionen rüberzubringen, können wir wirklich nur mit den Federn, die da oben an diesem Staubwedel dran sind, arbeiten. Und da wollten wir im Vorfeld einfach gucken, ob das funktioniert, wie viele Federn wir da brauchen, um ein bisschen, ja, Mimik, so sage ich mal, reinbringen zu können, ohne Augen, ohne Mund, sondern wirklich nur mit diesen Federn. Aber wie spielen denn die Schauspieler mit dem Baxter? Haben die immer den, den ich gerade beim Helmut gesehen habe? Ne, dafür haben wir einen extra. Ah! Den zeig ich dir mal. Das ist der Baxter, mit dem die Schauspieler spielen. Du kannst gerne lernen. Man würde so mit ihm spielen und er und ihr würdet dann machen, dass er klammert. Also den Griff würden wir behalten und die Federn legen wir dann über diesen oberen Teil, der dann nicht zu sehen sein wird, drüber und animieren das. Vielen, vielen Dank, das ist ja mega interessant. Und wie Baxter jetzt im fertigen Film aussieht, seht ihr jetzt. So, Baxter, unsere Arbeit ist getan. Jetzt sind die Mädchen rein. Tatsächlich? Alles aufgebraucht? Alles aufgebraucht? Aber das Haus ist zu. Was ist das denn da? Ich kann doch nicht zaubern. Nein, es gibt heute kein Elbenstaub mehr. Hör auf zu meckern. So, jetzt habe ich mich zur Maske durchgekämpft und ich hoffe, dass da jetzt die Mädels drin sitzen. Hallo. Hallo. Hey, Laila. Hallo. Dürfen wir dich auch noch mal stören? Ja, klar. Ist euch schon mal was Lustiges am Set passiert? Oh ja, gleich am ersten Drehtag habe ich die Türklinke von der Tür abgerissen. Nein. Letztend stand ich da nur noch mit der Klinke in der Hand. Das ist ja cool. Und was ist denn deine Lieblingsszene im Film? Oh, das ist schwierig. Ich mag eigentlich alle. Mhm. Aber ich freue mich sehr auf die Verfolgungsjagd. Oh. Los, hinterher! Bringen Sie sie mir! Hallo, ihr beiden. Hallo. Darf ich euch dann ein paar Fragen stellen? Gerne. Was gefällt euch denn am besten an den Schwestern? Also, mir gefällt am besten, dass sie können zaubern. Mhm. Und im Film, da wird eben auch erzählt, wie gut sie zusammenhalten können. Und was gefällt dir am besten am Set? Einfach alles. Hier sind alle so nett und immer, wenn man Pause hat, kriegt man so Schattenschirme. Und es ist einfach alles richtig cool. Es macht einfach richtig Spaß. Oh, cool. Boah, ich glaube, ihr wurdet gerade gerufen, oder? Jetzt geht es wahrscheinlich wieder los. Wenn du willst, kannst du ja mitkommen zum Set. Ja. Aber pssst, muss leise sein und Handyverbot. Total gerne, ja. Dann kommen wir mit, oder? Als nächstes wird hier eine große Tanzszene gedreht. Mal sehen, ob ich da ganz nah dran komme. Jetzt habe ich gerade ein bisschen getrödelt und jetzt ist hier Drehpause. Aber ich sehe gerade Selatin Kara, der ist der Choreograf. Vielleicht kann ich ihn was fragen. Hey, Selatin. Hallo, Patricia. Hi, schön, dich zu sehen. Ja, ich auch. Denkst du dir die Choreografien alle selber aus? Ja. Also, ich bekomme den Auftrag, Drehbuch, ich bekomme die Musik. Und dann unterhalte ich mich mit dem Regisseur. Und dann entwickle ich die ganzen Schritte und die Choreografie dazu. Und wir proben dann. Kannst du mir vielleicht einen Schritt von Sister Magic zeigen? Ja, natürlich. Wollen wir das hier machen oder da vorne? Können wir hier machen, oder? Gleich hier, oder? Genau, weil die bauen da gerade um. Okay, so, wir machen das mit Sidestep und wischen die Hände von links nach links. Okay, und ich ziehe den? Genau, du ziehst die Arme. Hey, und twist, und twist, und twist, und bam, und bereit. Super cool. Und high five. High five. Denkst du, ich bin bereit für die Bühne? Ja, klar, komm mit. Ja, cool. Und ihr auch. Ja, Achtung, und spinne. Unglaublich. Jetzt darf ich auch noch im Film mitspielen. Zwar nur als Kompase, aber trotzdem echt cool. Mal sehen, ob ihr mich im Kino erkennt. Wow, was für ein eindrucksvoller Tag hier am Set von die vier zauberhaften Schwestern. Ich kann gar nicht glauben, was ich alles gesehen habe, was ich alles machen durfte und wie nett hier alle sind. Naja, bei dem Geheimnis bin ich ehrlich gesagt nicht auf die Spur gekommen. Vielleicht schaue ich mir einfach den Film an und finde es hoffentlich dann raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf. 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 Auf.